DUNGEON NIGHTMARES Und wir kacken uns jetzt mal so richtig wieder in die Buchse Und es ist mega warm in meinem Zimmer Und ich hab Oh, es ist laut Und ich hab gar nichts mehr zu trinken Und das ist gerade meine größte Sorge Mit Kerzen fühle ich mich immer am besten Warte, wir schauen uns mal das Karte hier an Okay, die Karte sieht Ja, okay, es wird lustig Sieht einfach lustig Okay, gehen wir erst mal da gucken Ein Zettel Sie war Einer der Ersten Da ist etwas hinter der Tür Ja, welcher Tür Fuck Oh, fuck Oh mein Gott, mein Herz Ich muss mal kurz Meine Box hier ausmachen Die war noch an Und Und wenn ich schreie, hört man das Das ist keine gute Idee Ist nichts Es endet hier Hilf mir Hilf lieber mir Boah, das war so unlustig Gerze Bitte hier noch mehr Kerzen Oh Shit Wieso kann das Spiel nicht einfach mal Der Gang ist mir zu lang Wieso kann das Spiel nicht einmal fair sein Und sagen, hey, guck mal Tape Hier ist Das Buch Oh, guck mal Direkt gegenüber Da ist ja die Der Ausgang Die Leiter Aber nein Natürlich nicht Echt, ich bin jetzt Boah, verdammt Oh Ähm Okay Santa Maria Ich muss mir gerade hier ein bisschen Was war das? Ich suche hier Ne, da war Ja, egal Gehen wir jetzt Habe ich hin Boah, wenn jetzt gleich was kommt Verkraftet das mein Herz nicht Okay Was war denn hier Ja, doch, da können wir nochmal rein Fuck, fuck, fuck Ich bin jetzt Ich hatte gerade mega Angst, als es kam. Boxy, supi. Bitte ne Kerze, bitte ne Kerze, bitte ne Kerze, bitte ne Kerze. Oh, Alter. Okay. Blöde Kuh. Blöde Kuh. Blöde Kuh. Ne. Ah, verdammt. Scheiße, 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 scheiße. Okay, wir gucken jetzt mal kurz. Okay. 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 Ich habe Angst. Oh, verdammt. Oh. Da ist der Ausgang. Zwei Kerzen. Perfekt. Wäre schön, wenn jetzt hier noch eine Tour ist, wo vielleicht was sonst sein könnte, wie ein Buch oder so. Aber wir haben den Ausgang gefunden. Und das ist eigentlich sehr gut, das müssen wir uns jetzt nur noch merken. Oh. 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 Ja, ich weiß. Okay. Der Ausgang ist da oben. Das müssen wir uns jetzt merken, dass der Ausgang da oben ist. Das ist so ein schönes Bild, das zu sehen, ne. Ah. Traum vorbei. Scheiße. Waren wir hier schon? Nee, da. Das ist sehr verwirrend, das Level. Äh. Komm, wir gehen mal hier. Oh. 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 Waren wir hier schon? Nein. Oh. Boah, shit Was stehst du denn da so wie ein Beklopter, ey Das ist... Oh, Gott Boah, das hat mich jetzt gepackt, oder? Oh Hier stehen sehr viele von denen mittlerweile Es wäre... Ich weiß nicht, ich kenne das Ende des Spiels ja, null Ähm Es wäre heftig Warte mal Ach, hier unten sind wir schon? Okay, gehen wir hier rein Oder? Ja, komm Ja Es wäre heftig, wenn diese Skelette am Ende unser Gegner werden Unser Endgegner Aber nein Na Gut, wir haben keine Kerzen mehr Vielleicht ist ja hier eine Kerze drin Oder nicht Vielleicht ist hier auch ein Buch drin, das wäre sehr schön Und eine Kerze Hier muss ich hier raus Ja, das glaube ich nicht Immerhin weg, Kerze Hier waren wir schon Oh Okay Ich hucke immer bei jedem Kack hier auf die Karte Weil ich Angst habe, dass ich falsch drauf und mich verirre Bitte Bitte lass dir die Kerze drin sein Äh Das Buch meine ich Bitte Buch, bitte Buch, bitte Buch, bitte Buch, bitte Buch, bitte Buch, bitte Buch Wir wissen, wo du schläfst Im Garten deiner Mutter Jetzt können wir den ganzen Weg Bis da ganz oben wieder zurück Ja, machen wir Ich hab du erst Mann Scheiße Oh Oh ja, mir war schon dann meine Spucke Ich hab ihn Oh 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 Habt ihr das gehört? Läuft da irgendeiner? Okay, sehr gut. Bitte lasst da doch ein Buch drin sein. Bitte. Bitte. Und wir haben keine Kerzen mehr. Ich will nur hier raus. Nicht erschrocken. Es gibt nur so viele Zwischenräume, so da, so mittig. Gehen wir dann da hin. Gerne. Genau, da ist ja der Ausgang. Hä? Hä? Hier waren wir schon. Ey, ich verstehe das so eh nicht hier alles. Ja, das geht eh nicht an. Hier waren wir, okay. Hier muss gleich doch irgendwo ein Buch sein, ey. Ich habe immer Angst, dass da diese Schreie hinter sind, weil die packen mich richtig hart. Bitte Buch, bitte Buch, bitte Buch, bitte Buch, bitte Buch, bitte Buch. Scheiße, scheiße. Boah. Scheiße, scheiße. Ah, sie bewegt, du Arsch. Bitte lass doch die... Nee. Bitte lass hier das Buch drin sein. Auf den Weg zum Ausgang. Okay, wir müssen wieder ganz hoch laufen. Schaffen wir. Du scheiß Skelett. Du scheiß Skelett. Das hast du nicht getan. Das hast du nicht getan, du scheiß Skelett. Du kack Skelett. Du kleines, behindertes Skelett. Toll. Dieses Opfer-Dämon-Ding kam. Das Skelett stand in der Nähe. Ich konnte nicht vorbei. Jetzt sind wir wieder bei der ersten Nacht. Ich hatte das Buch. Ich war gerade auf dem Weg zum Ausgang. Und dann. Nee. Ich war gerade auf dem Weg zum Ausgang. 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 Ich war gerade auf dem Weg zum Ausgang.